So fühlt sich das Leben an. Ihr habt nicht geglaubt und heut bin ich Herr der Meere dann, wissen das schon alle Leute. Für mich ist die Suche endlos. Das wird mir heut bloß bewusst. Wert und Schätzung gehören zusammen. Am Ende bleibt wer bleiben muss. Reisig bleibt die Kunst am Leben. Keine Distanz ohne Land, an dem ich mich nicht laben kann. Für mich die Narben weiter an, denn Kunst braucht einen Raum, der mir die Macht gibt, endlich sein zu können. Um dieser Welt, die schwarz-weiß war, ein Teil aus meinen Farben zu gönnen. Es hat sie sich schon verdient. Doch was verdient, wer leise denkt. Der Wind, das leert mir's Element, bewegt sich stets uneingeschränkt. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020